So, es ist mal wieder wirklich, wirklich Zeit für eine neue Ankündigung, liebe Waifusen als Benno Semi-Son-Manga. Und zwar, ich möchte mit euch wieder einen gemeinsamen Monologie mit René Part machen, und zwar eure Schätze. Ich werde unten in die Videobeschreibung den Link zu diesem Video posten, den haben wir zum ersten Mal gemacht. Und ich fand das so cool und ihr fand das auch richtig cool, dass ich gedacht habe, hey, ich kündige nochmal einen weiteren Teil an. Hatte es erst im Herbst vor, hab mir dann aber gedacht, nee, machst das ein bisschen später, damit da ein bisschen Zeit vergeht zwischendrin. War ja auch erst im Sommer oder sowas. Ja, im Sommer, genau. Und ja, worum geht's? Also, jeder hat Schätze. Seien es nun besondere PVC-Figuren oder besondere Manga-Editionen oder allgemein Manga, die ihr unglaublich feiert und liebt. Oder Anime-Editionen, Anime-Box-Sets, Schuber, alles mögliche. Irgendwas, wo ihr sagt, das hat mit Anime und Manga zu tun oder mit, von mir aus, auch Anime-Games, das geht auch. Und alles, was damit zu tun hat und ihr sagt, ey, das ist mein Schatz, das ist so ein Sammlerstück, was ich ganz, ganz besonders finde. Oder womit ich viel verbinde. Das dürft ihr fotografieren, wenn es geht, in einer halbwegs guten Qualität. Es muss kein Super-HD-O-Omega-Ultra sein, aber wenn es geht, einigermaßen erkennbar. Das und das dürft ihr mir dann schicken und ich verwurste das dann in einem Video und werde darüber reden, darüber schnacken. Und, ähm, das kam letztes Mal gut an und, ähm, tja, ich sag nur mal so. Sora21X, ja, Sasuke-chan052 und Christopher Dave, zumindestens waren das die, die damals geschrieben haben. Ihr könnt jetzt nicht sagen, dass ich es nicht, äh, irgendwie groß jetzt, äh, erklärt habe, beziehungsweise announced habe. Es ist da, ich habe es gesagt und ihr dürft mir gerne Bilder schicken. Ihr dürft auch mehrere Bilder schicken, ähm, es, also es muss nicht zwangsweise nur eins sein, es dürfen gern mehrere sein. Und, ja, im Grunde war es es eigentlich schon. Ich hoffe, dass viele zahlreich mitmachen. Ich habe kein, kein besonderes, äh, Datum-Limit, sag ich mal. Aber, ich sag mal so, der Einsendeschluss ist bei mir dann immer wie folgt. Sobald ich genug Bilder habe, damit ich damit arbeiten kann, werde ich ein Video draus machen. Sprich, alles, was dann danach kommt, wird dann eben halt in ein weiteres Video verwurstet, das dann aber erst zur späteren Zeit kommt. Wahrscheinlich dann im Sommer rum oder so. Deswegen, beeilt euch. Lasst euch nicht zu lange Zeit, ja, so ein Fotoapparat ist schnell mal geschnappt oder so ein Handy. Mittlerweile macht man das ja auch mit Smartphones. Sonst, einfach mal kurz klick, klick, ja, bis vielleicht ein bisschen hübsch zurecht machen, damit es auch noch ein bisschen was Ästhetisches vielleicht hat oder so. Lasst euch da ruhig mal was einfallen. Und, ähm, ja, schickt es mir. Unten in der Videobeschreibung habe ich nochmal alle, alle, ähm, Möglichkeiten, wie ihr mir das Ganze schicken könnt. Aber ich sag's trotzdem nochmal. Ihr könnt mir das auf Google Plus schicken. Ihr könnt mir das via E-Mail auf Google Plus schicken. Ihr könnt mir das via Facebook schicken oder sogar via Twitter und sogar via, ähm, YouTube Privatnachricht. Also, das sind vier, fünf Möglichkeiten, die ihr nutzen dürft, könnt. Und, ähm, ja, ich freue mich auf eure Einsendungen und ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Und ich, ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Und, wie gesagt, nicht so lange Zeit lassen, wenn ihr sagt, oh, ich will da eigentlich mitmachen, aber, oh, jetzt die Kamera. Macht's einfach schnell, das sind, das dauert nicht lange. Und, ja, ihr seid dann definitiv im Video. So, in diesem Sinne, gehabt euch wohl. Und, ja, bis zu, bis zu dem Video mit euren Schätzen. Bis dahin und tau, bye, bye. Und, ja, ich bin etwas verstupft.